Hallo und herzlich willkommen zur zweiteiligen Lehrfilmreihe über das thermomechanische Walzen. Im ersten Teil haben wir bereits das Verfahren vorgestellt und ein praktisches Beispiel erläutert. In diesem zweiten Teil werden die drei wichtigsten Aspekte erläutert, die den Gefügezustand maßgeblich beeinflussen. Diese sind die Temperatur, die mechanische Verformung und die Likierungselemente, das sogenannte Mikrolikieren. Alle Aspekte beeinflussen das Gefüge gleichzeitig. Warum sind die Likierungselemente des Stahls wichtig? Üblicherweise sorgt der Kohlenstoffgehalt im Stahl durch die Mischkristallhärtung für eine ausreichend hohe Festigkeit. Allerdings setzt dieser auch die Schweiß-Eigenschaft herab. Um nun feste und gleichzeitig schweißgeeignete Stähle darzustellen, werden beim thermomechanischen Walzen hauptsächlich mikroligierte Stähle verwendet. Das sind schweißgeeignete Stähle mit einem sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt von 0,02 bis 0,06%. Außerdem enthalten sie kleine Anteile an Likierungselementen, vor allen Dingen Niob, Vanadium und Titan. Diese Elemente haben die Eigenschaft, den im Stahl vorhandenen Kohlenstoff und Stickstoff zu binden und als Carbide, Nitride und Karbonitride auszuscheiden. Karbonitride bilden Hindernisse gegen die Versetzungsbewegung, bewirken somit eine Ausscheidungshärtung. Zur Ausscheidungshärtung könnt ihr euch einen weiteren Lehrfilm anschauen. Die Ausscheidungen sind beim thermomechanischen Walzen vor allem aber wichtig, um das Kornwachstum des Auszenit zu verlängsamen. Bei höheren Temperaturen beispielsweise weist ein mit Titan mikroligierter Stahl eine deutlich kleinere Auszenitkornegröße auf als ein vergleichbarer Stahl ohne Titan. Die Wirkung beider Legierungselemente zur Hemmung des Kornwachstums tritt folglich bei unterschiedlichen Temperaturen auf. Warum erfolgt das thermomechanische Walzen bei 1200 Grad Celsius? Die hohe Temperatur von 1200 Grad Celsius ist in erster Linie notwendig, um Fließspannungen zu verringern und den Informwiderstand des Stahls zu senken. Gleichzeitig wird somit auch ein definierter ausgenitischer Gefügezustand eingestellt. Außerdem bewirkt die hohe Temperatur einen Diffusionsausgleich der Legierungselemente und gewährleistet somit eine Homogenisierung der chemischen Zusammensetzung. Darüber hinaus kühlt die Brammer beim Durchlaufen der Fertigstraße stetig ab. Dementsprechend muss sie am Anfang heiß genug sein, um beim letzten Walzvorgang die gewünschte Temperatur zu haben, die entscheidend für den Prozess ist. Warum ist das Umformen so entscheidend? Während jedem einzelnen Walzvorgang werden die Auszenitkörner gestaucht bzw. in Walzrichtung gestrickt. Mit dieser plastischen Verformung werden vor allen Dingen neue Versetzungen in das Gefuge eingebracht. Diese vernetzen und blockieren sich gegenseitig. Dadurch wird der Stahl während des Walzvorgangs verformungsgehärtet. Zur Verformungshärtung könnt ihr euch einen weiteren Lehrfilm anschauen. Um aber eine weitere gezielte Verformung zu gewährleisten, muss diese Festigkeitssteigerung aber unbedingt vermieden werden. Ein Mechanismus zur Senkung der Festigkeit sind Erholungsvorgänge, die auch als postdynamische Rekristallisation bezeichnet werden. Hierbei werden infolge der hohen Temperaturen Versetzungen ausgelöscht und der Werkstoff somit entfestigt. Auch zum Erholen kannst du dir weitere Lehrfilme anschauen. Ein weiterer Mechanismus zur Vermeidung der Festigkeitssteigerung während der Verformung ist die Rekristallisation. Da die Walztemperatur oberhalb der AC3-Linie und damit oberhalb der Rekristallisationstemperatur des Stahls liegt und durch den Walzvorgang außerdem ein Mindestverformungsgrad erreicht wurde, findet nach jedem der ersten fünf bis sechs Walzvorgänge eine vollständige Rekristallisation des Auszenitgefuges statt. Erst nach der letzten Walzumformung rekristallisiert das Auszenitgefuge nicht mehr. Stattdessen beginnt die Umwandlung des Auszenit in Ferrit. Die Rekristallisation des Gefuges kann durch das Senken der Temperatur optimiert werden. Merke dir, je höher der Umformgrad V ist, je niedriger die Umformtemperatur gewählt wird, desto höhere Formänderungsfestigkeiten lassen sich beim Stahl realisieren. Zum Rekristallisationsvorgang und zum Lesen eines Rekristallisationsschaubilds kannst du dir weitere Lehrfilme anschauen. Um nun aber eine ausreichende Festigkeit des Stahls nach dem Walzen zu garantieren, muss die Rekristallisation nach dem letzten Walzvorgang vermieden werden. Dabei wird ausgenutzt, dass das Rekristallisationsverhalten des Auszenit durch ausscheidungsfähige Mikrolegierungselemente stark beeinflusst wird. Die Rekristallisation wird entscheidend gehemmt, wenn im Auszenit gelöste Karbonitritbildner zu einer raschen, feindispersiven Ausscheidung von Karbiden oder Nitriden im verformten Gefüge führen. Durch Absenken der Temperatur wird die Ausscheidung von Karbonitriden begünstigt. Die Ursache für die Karbonitritbildung ist die Keimbildung der Ausscheidung. Im schematischen Zeit-Temperatur-Diagramm sieht man, dass die Rekristallisation des unlegierten Stahls schneller einsetzt als bei einem Stahl mit Karbonitridausscheidungen. Die Rekristallisation wird also durch die Karbonitride verzögert. Im Vergleich zu unlegiertem Stahl kann beispielsweise die Rekristallisationszeit von einem mit Neop legierten Stahl, der eine typische Entwaldstemperatur von 850 Grad Celsius hat, um den Faktor 1000 verzögert werden. Karbonitride tragen letztendlich auf dreierlei Weisen zur Festigkeitssteigerung bei. Erstens verzögern sie die Rekristallisation. Zweitens verlangsamen sie das Wachstum der Auszenitkörner und veranlassen damit die Feinkornhärtung. Drittens bilden sie Händernisse gegen die Versetzungsbewegung und bewirken somit die Versetzungsherdung. Durch das Umformen wird zum einen eine Stauchung der Auszenitkörner im letzten umformenden Waldzugang erreicht. Zum anderen wandelt sich Auszenit in Ferrit um, ohne dass das Auszenitkorn rekristallisiert und vor der Phasenumwandlung auf die ursprüngliche Größe heranwachsen kann. Das gewünschte, verformungsverfestigte und feinkörnige Gefüge wird somit nach dem letzten Waldvorgang beibehalten. Wir fassen zusammen. Eine technische Lösung, gleichzeitig Festigkeit, Unformbarkeit und Schweißbarkeit zu gewährleisten, bieten thermomechanisch gewalteste Stähle, sogenannte High-Strength-Low-Alloy oder HSLE-Steels. Um die Schweißbarkeit zu gewährleisten, besitzen diese einen vergleichsweise niedrigeren Kohlenstoffgehalt, sind aber dafür mit geringen Mengen Tetan, Neop oder Vanadium mikrolegiert. Als Hindernisse gegen die Versetzungsbewegung steigern Karbontride die Festigkeit des Stahls durch Ausscheidungshärdung. Wichtige Einflussgrüßen beim thermomechanischen Walzen sind neben den Legierungselementen die Temperatur und die mechanische Verformung. Der entscheidende Trick nämlich ist, die Temperatur so geschickt zu wählen, dass die letzte Umformung möglichst zeitgleich mit der Auszenit-Verrät-Phasenumwandlung stattfindet. Jetzt wirken zwei festigkeitssteigende Mechanismen zusammen. Die Verformungshärtung durch Stauchung der Körner und das Einbringen von Versetzungen während des letzten Walzdurchgangs, sowie die Feinkornhärtung durch das Erzeugen von feinem Auszenitkorn vor der Abkühlung. Das thermomechanische Walzen ermöglicht so die Herstellung eines feinkörnigen Stahls, der einen zum Schweißen geeigneten niedrigen Kohlenstoffgehalt hat und gleichzeitig hohe Festigkeit besetzt. Das mechanische Walzurch, die man mit dem vor der Abkühlung spätzt hat, in der Abkühlung wird der Auszenitkorn. Die Batteratur und die storage halten sind drin in die Pflicht des Getämmels. Das ist das Herz-Demel-Demel-Demel-Demel-Demel-Demel-Demel-Demel-Demel-Demel-Demel. Vielen Dank.